Hallo und herzlich willkommen zu Total Emotional, dem Podcast für Frauen. Hier hörst Du ab Folge 15 mein Hörbuch Heilsame Hypnose. Wechseljahre Jede Frau muss sich, ob sie will oder nicht, mit den Wechseljahren herumschlagen. Es ist eine Zeit der Veränderung, nicht nur im körperlichen, sondern auch im persönlichen Bereich. Veränderungen, die Angst machen können. Rein medizinisch gesehen sind die Wechseljahre der Zeitpunkt im Leben einer Frau, an dem der Körper beschließt, dass die Phase der Fortpflanzung nun langsam beendet wird. Im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren wird das Zurückfahren der entsprechenden Hormone eingeleitet und der Hormonspiegel wird über ein paar Jahre immer weiter abgesenkt. Manche Frauen gehen ohne größere Beschwerden durch die Wechseljahre, manche aber auch nicht. Um zu verstehen, warum Wechseljahre Probleme machen können, müssen wir einige Zusammenhänge erkennen und verstehen. Ich bin der Meinung, wenn wir verstehen, was in unserem Körper abläuft, können wir auch ins Handeln kommen. Hauptakteure in diesem Schauspiel sind unsere Hormone. Die jeweilige Menge, insbesondere die der Geschlechtshormone Östrogen, Progesteron und Testosteron, bestimmen, ob wir als Frau oder als Mann fortpflanzungsfähig sind. Sie bestimmen über solche Dinge wie die Fähigkeit, schwanger werden zu können oder ob man als Mann eine Glatze entwickelt. Sinkt der Hormonspiegel, stellen einige Organe, die für eine Schwangerschaft notwendig sind, ihre Funktion ein. Blutungen werden unregelmäßig, der Eisprung findet nicht mehr statt. Da nicht mehr so viel Wasser eingelagert wird, verliert die Haut an Spannung und die ersten tiefen Falten bilden sich. Ein ganz normaler und natürlicher Vorgang. Doch als angenehm und schön empfinden wir ihn, wenn wir ehrlich sind, erstmal nicht. Diese hormonellen Veränderungen haben nicht nur auf den Körper, sondern auch auf unsere Psyche Auswirkungen. Wenn der Hormonspiegel stark schwankt, können Hitzewallungen, Schweißausbrüche in der Nacht, Flasches, sowas wie plötzliches starkes Erröten mit Hinzewallung und Stimmungsschwankungen auftreten. Alles eine Sache der Hormonbalance. Deshalb hier mein Rat als Heilpraktikerin. Wenn du stark davon betroffen bist, such dir eine gute Gynäkologin und eine Heilpraktikerin und lass dich begleiten. Du musst mit deinen Beschwerden nicht alleine bleiben. Es gibt wunderbare, natürliche, pflanzliche Mittel, die dir diese Phase erleichtern. Häufig sind künstliche Hormonpräparate nicht unbedingt notwendig. Ein Hormonprofil gibt Auskunft, welches der drei Hormone zu stark abfällt und ob eine Ausbalancierung notwendig ist. Das erspart dir viel Leid und du kannst sanft durch deine Wechseljahre gehen. Hypnose in den Wechseljahren Hypnose und vor allem die Selbsthypnose sind großartige Werkzeuge, um gelassen und selbstsicher durch diese Umstellungsphase zu kommen. Durch die Selbsthypnose kannst du Einfluss auf deinen Stoffwechsel, deine Körperfunktion, deinen Schlaf und deine Gefühle nehmen. Also genau auf die Dinge, die dir während der Wechseljahre das Leben schwer machen können. Tu dir bitte den Gefallen, ganz offen mit deinen Lieben zu kommunizieren. Erzähle ihn, wenn du leidest und finde einen Weg, der zu Lösungen führt. Es macht das Leben miteinander so viel leichter. Ein Erfahrungsbericht hilft immer, um zu verstehen, welchen Einfluss die Wechseljahre nehmen können, oder? Hier ist also die Geschichte von Susanne. Susanne war Ende 40 und kämpfte seit einem Dreivierteljahr mit Wechseljahressymptomen. Sie kam ganz gut damit klar, denn sie hatte sich mit pflanzlichen Präparaten helfen lassen. Doch neben den körperlichen Auswirkungen hatte sie starke emotionale Schwankungen. Sie beschrieb sich im Vorgespräch als gut organisiert, pragmatisch und stabil. Vor mir saß eine Frau, die auf sich achtete, eine gewisse Eitelkeit besaß und wusste, was sie will. Der erste Eindruck war eine starke Persönlichkeit. Sie hatte einen anspruchsvollen Beruf, in dem sie Verantwortung trug. Inzwischen wurde diese Verantwortung immer schwerer tragbar, denn ihr Schutzschild gegen die alltäglichen kleinen Angriffe wurde zunehmend durchlässiger. Sie fühlte sich verletzlicher und war in letzter Zeit näher am Wasser gebaut, was sie überhaupt nicht von sich kannte. Dazu kam noch, dass Susanne sich nicht mehr so attraktiv und anzielend fühlte wie noch vor ein paar Jahren. Sie wandte sehr viel Zeit auf, um sich präsentabel zu fühlen und trotzdem fehlte ihr das Gefühl, als Frau wirklich gesehen zu werden. Ihr Partner war ihr keine große Hilfe, da er ihre versteckten Hilferufe nicht wahrnahm. Sie mochte es aber auch nicht direkt ansprechen, es war ihr irgendwie peinlich. Inzwischen war ihr aber klar, dass weder teure Kosmetik noch ein Shoppingrausch ihr nachhaltig dabei helfen würden, sich wohler und attraktiv zu fühlen. Tränen flossen, als sie für sich erkannte, wie abhängig sie sich von ihrem äußeren Erscheinungsbild gemacht hatte. Ihr Selbstbild war das einer 30-jährigen, perfekten und makellosen Frau, die ihre Aufgaben mehr als gut erfüllen kann. Ich denke, jede Frau hat für die Gefühle und das Selbstbild von Susanne Verständnis. In unserer Gesellschaft ist das Idealbild einer Frau festgeschrieben. Sich davon nicht beeinflussen zu lassen, ist nicht ganz einfach. Die Wechseljahre hatten Susanne kalt erwischt. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte sie ihr Selbstbild aufrechterhalten, ohne größere Probleme. Als erfolgreiche Frau war sie hauptsächlich im Verstand, im Rationalen unterwegs. Gefühle empfand sie eher als lästig und nicht angemessen für ihre Position im Leben. Was Susanne überhaupt nicht bewusst war. Wir sind in erster Linie fühlende Wesen, die denken können und nicht umgekehrt. Unsere Gefühle gewinnen immer die Oberhand, wenn der Druck groß genug wird. Susanne wurde durch die Hormonschwangen mit der Nase auf diese Tatsache gestoßen und die Folge davon war Angst. Angst vor der Unkontrollierbarkeit, Angst vor Verlust, Angst vor dem Alter, Angst nicht mehr zu genügen. Durch intensive Gespräche und Hypnose erkannte Susanne, dass sie etwas an ihrer Einstellung zu sich und ihrem Umfeld ändern musste. Der Umgang mit sich selbst gibt wertvolle Hinweise darauf, womit wir uns dringend beschäftigen müssen. Unserem inneren Ich. Dieses Ich möchte geliebt, umarmt und anerkannt werden. Dann sind wir innerlich zufrieden und es geht uns gut. Für Susanne war Perfektionismus das oberste Gebot, sowohl beruflich als auch privat. Schon in ihrer Herkunftsfamilie war das so vorgelebt. Mit weniger als perfekt durfte man sich nicht zufrieden geben. In der Hypnose zitierte sie den Glaubenssatz der Familie. Nur wer hart arbeitet und das Beste gibt, kann mithalten. Dem nicht mehr genügen zu können, brachte sie innerlich zur Verzweiflung. Es kostete uns einige Zeit, bis Susanne akzeptieren konnte, dass die Veränderungen durch die Wechseljahre zwar das Ende einer Lebensphase waren, eine neue Phase gerade aber erst begannen. Durch die Hypnose konnte sie einen neuen Zugang zu sich selbst entwickeln. Sie räumte mit ihrem Selbstbild auf und stellte sich der Realität. Sie war eine wunderbare, anziehende, erfahrene und starke Frau in den besten Jahren. Sie löste sich von vielen anerzogenen Glaubenssätzen, beispielsweise »Nur wenn du perfekt funktionierst, wirst du geliebt« und entdeckte innerhalb kurzer Zeit, wie frei das machte. Susanne freundete sich mit sich selbst an, übernahm den Auftrag, gut für sich zu sorgen und gewann neue Selbstsicherheit. Ihr war mit einem Mal klar, dass sie trotz allem eine Frau war und blieb, auch wenn dieses Bild durch die Wechseljahre stark ins Wanken gebracht wurde. Ihrem Verstand war das selbstverständlich völlig klar, ihrem Unterbewusstsein jedoch nicht. Den Gefühlsschwankungen gegenüber brachte sie nun mehr Verständnis auf und ließ sich nicht mehr verunsichern. Durch Selbsthypnose, die ich ihr beibrachte, konnte sie jederzeit eine Art Auszeit vom Alltag nehmen und ließ sich nicht mehr stressen. Ihr Schutzschild wurde so stark wie nie zuvor. Und Susanne fühlte sich mit jeder Woche, die verging, leichter und besser. Sie machte sich von vielen Zwängen, die sie sich vorher auferlegt hatte, frei und das tat ihr unendlich gut. Sie freute sich auf ihr verändertes Leben mit allen neuen Vorteilen. Die Wechseljahre waren damit für Susanne nicht verschwunden. Aber sie konnte nun viel besser mit den Symptomen umgehen. Und sie entdeckte völlig neue Seiten an sich, die sie wirklich zu schätzen lernte. Nachdem sie mit ihrem Mann über ihre Probleme, Sorgen und Ängste ganz offen gesprochen hatte, war das Verhältnis zu ihm wieder deutlich enger und wärmer. Sie erzählte mir später, dass er ganz entsetzt war, nichts davon mitbekommen zu haben. Was kannst du für dich tun? Wie schon eingangs erwähnt, lass dich beraten, wenn du Hilfe brauchst und warte damit nicht zu lange. Es ist auch egal, welches Thema dir am meisten zu schaffen macht, ob Körper, Sexualität, Partnerschaft oder Gefühle. Alles ist menschlich und niemand muss sich alleine damit herumschlagen. Mach es wie Susanne und geh auf die Suche nach deinen positiven, liebenswerten Seiten, deinen Stärken und Wünschen. Wenn du sagst, wie soll ich die finden oder ich bin nicht liebenswert, ist das schon der erste Hinweis, dass du dringend an deiner Selbstwahrnehmung arbeiten solltest. Wenn du an dieser Stelle Zeit in dich investierst, wirst du mit mehr innerer Zufriedenheit belohnt werden. Schreibe auf, was du kannst. Jede Kleinigkeit zählt. Auf meiner Webseite findest du eine Selbsthypnose zum Thema Wechseljahre. Den Link und den Code dazu hörst du am Ende dieses Hörbuches. Sie enthält wohltuende Suggestionen, die dir und deinem Körper in dieser Phase des Lebens guttun werden. Und noch etwas. Der Beginn der Wechseljahre ist auch der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Genau so, wie die Pubertät der Beginn des Erwachsenwerdens eines Kindes ist, können die Wechseljahre für Veränderungen und Wachstum einer Frau stehen. Ob diese Veränderung als positiv oder negativ empfunden wird, liegt zum großen Teil bei dir. Es ist eine Zeit, in der die Kinder aus dem Haus gehen. Aber es ist auch eine Zeit, in der deine persönliche Freiheit wieder zunimmt, beispielsweise hinsichtlich des Themas Verhütung. Du gewinnst mehr Zeit für dich und die solltest du unbedingt nutzen, um dich weiterzuentwickeln. Denn das Ende deines Lebens ist mit den Wechseljahren noch lange nicht erreicht. Jetzt ist der Abschnitt gekommen, an dem du dich um deine Wünsche, Träume oder vergessenen Talente kümmern kannst. Mein Tipp Tu dir gut, gehe liebevoll mit dir um und fange an, dich zu mögen, falls du das nicht schon tust. Wenn du gerne das Buch weiterhören möchtest, dann abonniere diesen Podcast und freue dich auf die nächsten Kapitel. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.